Jagd den Gassen der Schießkriege, spielen wir jetzt. Wanted, Kopfgeld 2000 Euro. Ich schreibe euch, ich mache euch da ein paar Schilder hin, wo dann die ganzen Befehle stehen, damit ihr das auch alle weitermachen könnt. Yay. Oh ja, das ist gut, damit wir auch hier während der Aufnahme den Film weiter gucken. Weiter gucken geht nicht. Yay. Ja, wir müssen immer wieder neu anfangen. Wir müssen ins Bett, es wird schon wieder Nacht. Oh, so lange geguckt. Noch 10 Minuten, Papa. Willst du den Film zu Ende gucken? Du wirst nicht mehr vom Fernseher. So, ab ins Bett. Ach, meine. I can only sleep at night. You can only sleep at night. Night, night, night. Wer zuerst im Bett nicht hat gewonnen. Ich. Ach, ich war zuerst dann. Ach so, ich stand auf deinem Bett, da kann ich nicht in meinen rein. Dieser scheiße Bug. Bug, bug, bug. Komm zu uns. Okay. Ja, Fernseher anschließen kann er. Das ist ja Fernseher. Ja. Der braucht noch unbedingt ein Schild in unser Haus für unseren Fernseherfachmann. Yay. Bei Problemen rufen Sie bitte unseren Service. Rufen Sie bitte unsere Hotline an. Ich muss jetzt meine Muskete in der Hölle probieren, ob ich da auch irgendwas umbringen kann. Was? Ja, Gas oder sowas. Brauchst du nicht Munition dafür? Hab ich. 25 Kugeln hab ich noch. Okay. Ach ja, die Hölle. Hier war ich schon lange nicht mehr. Ich denke, da kommst du her. Ja, aber ich war schon lange nicht mehr da. Okay. Hier stehen Schweine vor unserem Lager mit den Goldschwettern in der Hand. Uh. Nee. Wenn ich die abschieße, dann werden das aber gleich ganz schön viele. So schnell kann ich die nicht nachladen. Das ist nicht gut. Oh geil, ich hab grad ein Screenshot gemacht. So von hinten, wie wir alle drei und äh, 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 also alle vier davorstehen. Und gucken. Das ist die R2D2. Ich hatte, dass wir keine Couch. Ich muss noch eine Couch bauen. Oh, hier ist irgendwo ein Gas. Wo ist er? Ich muss es vorhin fragen, bevor mein Jetpacker ist. Und hier habe ich noch die Voic, die badet in ihrem Meerjungfrauentress. Ja. Und wir vor dem Greenscreen. Wo ist der Gas? Wo ist die sich gerade aus der Hölle teleportiert? Ich hör dich, Gas. Wo bist du? Mega alte Bilder, die ich gemacht habe. Alter. Oh, war ich als Hitlerkönig? Was? Hitlerkönig? Da hattest du doch diesen Anzug an. Ach, Panzerknacker. Nein, den Anzug an, wo ich gesagt habe, was hast du da an? Dieser, was weiß ich, so ein weißer Anzug mit ein bisschen... Ah, das, was eigentlich... Ja, das sollte eigentlich ein Skin von Journey sein. Dieses Männchen, das durch die Sandebene läuft. Ja, das... Das sollte eigentlich ein Schal sein. Beziehungsweise der den Mund verdeckt gegen den Sand. Das sah aber ein bisschen blöd aus. Oh, zwei Schuss, dann ist so ein Gas tot. Yay. Das mit dem Fernseher ist richtig geil. Oh, hier. Und hier die Voice, die dem Ratha und dem Rio ihre Titten zeigt. Als Panzerknacker. Yay. Oh, da guckt Rio hier gerade voll auf die Titten-Voice. Sehr gut. Was ich hier noch für Screenshots habe. Unglaublich. Oh, hier sind unsere Brüste, die gewackelt haben. Beziehungsweise Rathas Gemächt, das gewackelt hat. Ach ja, habe ich alles noch aufgezeichnet. Ich auch, als Video. Als Bilder. Manche Leute mögen es schon gesehen haben, bei mir auf dem Kanal. Wenn nicht, könnt ihr das nachholen. Die alten Fokus sind alle noch da. Aha. Könnt ihr jetzt hingehen und gucken? Hust, hust. Ne, jetzt nicht. Bitte erst die Fokus Ende gucken, liken, favorisieren, abonnieren, diskriminieren. Kommentieren, diskriminieren. Wie geil. Du zementieren, fermentieren, argumentieren. Scheiße, ich finde nie wieder unser Höllentor. Verdammt. Na, das war eh wo hier. Ah, hier wo die ganzen Fackeln sind. Ich erschieße jetzt Schweine. Hä? Manipulieren, katapultieren, paraphrasieren, applaudieren. Geil, die Schweine merken gar nicht, oh doch, die merken doch vorher. Oh, fabelhaft hier, das ist auch ein Wort. Fabelhaft hier. Was sagt ihr? Ja, das auch. Wichtig, ganz wichtig. Oh, man sollte schon zielen. Oh, die Musket ist aber echt langsam. Ich muss mir was anderes noch überbauen, was schneller geht. Ich bin so weit von dem Schwein weg, dass ich mich nicht angreife, wenn ich auf die schieße, oder? Das ist geil. Das ist voll unfair, ja, 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 ja. Quatsch. Aber für so ein Schwein brauche ich zwei Schuss. Oh, ich habe euch das nochmal eingerichtet, damit ihr jetzt seht, wie ihr den Film wieder anmachen könnt. Ist das Java-Comments, Java-Links-Comments? Ne, das sind eigentlich Computer-Quatch-Befehle. Achso. Die da lauten, sag's doch mal einfach für alle. Also, ich gehe nochmal kurz hin und spiele es ab. Ich gucke mir das gleich mal an. Sie Probleme rufen. Sie Toruhe. 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 Ich gucke mal, wenn ich in die normale Welt und da irgendwas... Der Film läuft noch. Ja. Ich habe auch noch was verpasst. Ich komme jetzt schon weiter, als ich vorher gekommen bin. In real. Spannender so in dieser Grafik, ne? Ja, ohnehin. Das ist witzig. Unbelievable. I'll be careful. Gloucester, Gloucester. Chewbacca here is first... Oh, it's too fast. I can't read it. Unbelievable. It's the ship that made the... Ich kann das nicht lesen, es ist zu schnell wieder weg. Haben sie Brüder rufen? Die... Throwar... 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 Star Wars... Monitor Top. Wie Monitor Top? Dann musst du eingeben. Ist der Befehl? Okay. Secret... Ah, das ist ein Secret? Ja, das ist ein Secret. Zeit, Monitor, Top, Time. Hello World, Monitor, Top, Hello. Hilfe, Help, General Programs, Help, Program. Okay. Geht der kaputt? Glaub nicht. So müsstest du es eingeben. Ah, okay. Also ganz einfach. Wenn ich loslasse, bist du tot. Das ist böse, Brother. Wir waren alle gebannt auf diesen Monitor-Stern. Was ist falsch? Ich habe eine große Herausforderung. Der hat mich geschlagen, habt ihr das gesehen? Der hat mich geschlagen, habt ihr das gesehen? Nein, ich habe Fernsehen geguckt. Ich auch. Poco bringt seit sieben Jahren kein Fernsehen mehr. Heute das erste Mal. Jag den Gast und der schießt ihn. Spielen wir jetzt. Kopfgeld 2000 Euro. Aus was sollen wir die Couch machen, Fee? Aus Marvel? Aus Wallen. Ich habe irgendwas aufgehoben. Was hattest du noch? Glas hattest du dabei? Welche Farbe? Wie wärst du mit einer bunten Couch? Gold Nucket? Ne, Gold Nucket hast du bestimmt wieder weißiger. Rot? Die Sitzfläche rot? Die Sitzfläche rot und die Leenfläche weiß? Ich hatte noch fünf Monitore. Ja, dahinter dir liegt das noch. Ah, okay. Hm. 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 Hatte ich schon hm gesagt? Hm. Ja, ich guck jetzt ob ich Tinte, Fische unter Wasser damit erschießen kann. War da nicht immer sonst einer? Hm, sehe keinen. Schade. Äh, was tust du dort? Er macht den Fernseher aus, indem er den Monitor einfach mal mit Axt abreißt. Warum ist er jetzt auch im Monitoring? Äh, da kann man noch so kleinere Sachen anzeigen lassen. Achso. Finde ich aber jetzt hässlich, wie das da ist. Komisch aus. Dann weg damit. Die Fee wieder. Ja, die Fee wieder. Ja, die Fee wieder. Muss ja auch symmetrisch sein. Zufrieden. Ja, sehr schön. Vielen Dank. 40, 45, ah jetzt verstehe ich. Wir sollten gleich mal anfangen lassen den ähm guten Frame einen Song zum Besten geben zu lassen. Ich werde eben noch ein Tier jagen gehen. Einfach nur, weil ich gerade das Jagdviewee mich so gepackt hat. Und dann werden wir das machen. Ein Spruch, ein Spruch. Das heißt, der Frame hat jetzt kurz Zeit sich äh, was zu überlegen, was er singen möchte. Viel Spaß. Du musst übrigens noch einen, einen Auswurf machen, den Ruther immer macht. Muss er was? Okay, pass auf. Ich mach da immer so ein, ich mach da immer so ein Auswurf. 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 Ich äh, mach dir das vor. Also das ist ein Geräusch, was du nachmachen musst. Du, du Knopf? Ja, ein Knopf. Pass auf. Genau in der gleichen Tonlage allerdings. Eieiei. Viel Spaß. Wann musste ich das machen? Jetzt. Ich muss eben meine inneren Kräfte wieder zusammen sammeln. Awww. Wir warten. Diese Aufregung. Dieser Stress. Moment. Oh, doof hat sich aber noch nie jemand angestellt. Okay, warte, warte. Eieiei. Das war gut, oder? Das war gut. Perfekt, perfekt. Geht das noch höher? Ne, ich glaub, Eieiei. Ähm. Doch? Nein? Ähm. Pass auf, kneift die mal fest in die Eier. Eieiei. 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 Geht das besser? Jetzt bei mir. Ja, kannst du das besser mit der tiefen Lange so. Eieiei. 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 Okay. Da vibriert ja fast meinen Brustkorb vor lauter Bass. Eieieiei. Dann sag doch mal bitte. Ich bin Batman. Hahaha. Hahaha. So, wir gehen jetzt nochmal ins Bett und dann darf er singen. Ab ins Bettchen. Ab ins Bettchen. Oh mein Gott, wie geil. Bist immer noch am gucken. Ja, ne, ich hab hier gerade. Mein Mitbewohner hat gerade was gepostet. Fernseh ist aus. Oh Gott. Ja, der Film ist zu Ende. Was hat denn gepostet? Was? Diese Betrüger, diese Betrügerrechnung. Irgendwie von S. Oliver. Und da steht, sehr geehrter Herr Kunde. Sehr geehrter Herr Kunde. Sehr geehrter Herr Kunde. Ja. Geil. Wir haben hier ihre Adresse. Ja. Adresse. Überweisen Sie jetzt sofort den Betrag von 542 Euro. Sie haben einen rechtkräftigen Vertrag abgeschlossen. Eine Dienstleistung. Sollte der Vertrag nicht erfüllt werden, so werden Ihnen weitere hohe Kosten für das Mannwesen entstehen. Bett. Das würde niemals jemand so machen. Ja, ich komme. Fee, sei so nett, komm zu mir ins Bett. Komm zu dir ins Bett, Schätzlein. Oh ja. Siehst du schon den Leuchtestab? Welchen Leuchtestab? Deine Oma hat einen Leuchtestab in der Hose. Hast du vorhin nicht aufgepasst oder was? Du hast das noch selber gesagt. So, alle zur Bühne. Zur Bühne. Was ist das? Wenn man das... Es war nicht vorher das, was ich glaube, was es war. Was war's denn? So, ich lad mal durch, wenn er schlecht singt, dann schieß ich. Oh Gott. Das, was man ausdrücken kann. Okay, Pickel. Gut. Wäre jetzt ziemlich eklig gewesen, wenn du das getan hättest, was du jetzt gerade getan hättest. Wenn es ein Pickel gewesen wäre. Ähm. Too much information. We don't know what... Ne, das wirst du auch nicht wissen. Ja, das darf ich nicht sagen. Boissy? Brinda! So, auf der Bühne für Sie nun. Frame... Messing! Mit dem neuesten Song sagt er selber an. Du bist ganz groß im Bild. Muss ich mal überlegen. Moment. Deswegen hab ich dir das vorhin schon gesagt, wenn du überlegen kannst. Ja, das Problem ist, ich hör keine Lieder mit Text. Ähm. Ja, Pech. Alte Kinderlieder. Von mir aus. Du kommst nicht mit allen meinen Äntchen, das haben wir schon nochmal gehört. Okay, dann nenn mich alle meine Äntchen. Sehr geehrter Herr Kunde. Äh, warte. Ja, singst du jetzt auch mal hier. Waffe zur Hand nehmen. Oh, oh. Warte. Äh. Okay, dann singt das Lied vom Holzacken. Was? Vom Leiter bauen. Vom Blöcke setzen. Vom Fackelträger. Lauf. Leiter. Sing jetzt einfach. Ups. 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 Okay. Die ersten Eier fliegen. Okay, ich hab's, ich hab's, ich hab's, ich hab's, ich hab's. Okay. Oh, alt Hühnchen. Awww. Hast du das gesehen? Awww. 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 Ausgerutscht. Ups. Ich hab noch, ich hab noch eine Axt her. Ja, das war gemein. Kann ich jetzt anfangen? Wer hat das Hühnchen getötet? Ich möchte jetzt anfangen, damit ich es hinter mir hab. Mach jetzt. Okay. Ja, sing. I crushed my car into a bridge. I don't care. I love it. I don't care. I love it. I don't care. Da schieß ich nicht. Oh mein Gott, das war wundervoll. Ich bin verliebt. Nicht. Ich geh nicht. Wo ist Fee hin? Ist sie gestorben spontan oder was? Ich glaube schon. Fee? 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 Fee?